Grüß Euch, heute geht's um Aktuelles zum Irlmaier-Szenario und wann ist endlich soweit, weil das Ereignis ist ja schon überfällig. Wir wissen ja, dass die Herrschenden und die Macher ja absolute Stümper sind. Sie haben eine Möglichkeit nach der anderen versaut und deswegen müssen wir so lange warten. Aber jetzt wird's ziemlich deutlich, wann's soweit ist, aber dazu später, jetzt mal zum Aktuellen. Es geht um die Versorgung und die Versorgungsketten durch eine Schifffahrt, die gerade erledigt wird. Fünf der größten Schifffahrtunternehmen haben ihre Route übern Suezkanal und das Rote Meer eingestellt, weil sie das Risiko nicht mehr eingehen können, weil die Versicherer die Fahrt durchs Rote Meer nicht mehr abdecken. Es fahren zum jetzigen Moment schon Hunderte dieser riesen Containerschiffe um Afrika rum. Und wir reden hier von den größten Schifffahrtsunternehmen der Welt, MSC, Maersk, CMA, CGM, Costco und Hapag Lloyd, die jetzt alle um Afrika rumfahren. Was bedeutet, das dauert zwei bis drei Wochen länger und kostet umso mehr. Das gibt ja jetzt schon bei vielen Produkten eine Wartezeit, aber das ist nix, gegen was jetzt kommt. Ein kleines Beispiel, Schneider Electric haben jetzt 20 Wochen Lieferverzug. Das ist eine Firma, deren Teile und Ersatzteile bei allem, was mit Strom zu tun hat, vorhanden sind. Zum Beispiel Elektrizitätswerke. Das Stromnetz, aber nicht nur hier, auch das amerikanische, hängt zu 100% von Schneiderkomponenten ab. Wenn da was kaputt geht, dann war's das. Und genauso in vielen anderen Bereichen. Diese Schneiders sind überall und haben jetzt 20 Wochen und länger Wartezeit auf ihre Teile angekündigt. Die Offiziellen werden die Ausfälle dann auf einen Hackerangriff schieben oder auf einen Sonnensturm, Außerirdische oder die Russen. Hauptsache sie sind aus dem Schneider. Wie man in Bayern so sagt, wenn sie der verantwortliche Feigling aus seiner Verantwortung schleicht. Auch beim nächsten Schritt, den sie vorhaben, werden sich die Verantwortlichen wegducken. Es geht um die Nullung der Bankkonten, die ich vor langem schon besprochen habe. Inzwischen haben sie ein legales System eingesetzt, das sie juristisch zu 100% abdeckt. Das heißt, alle Konten, alle Aktien, Vermögenswerte, einfach alles, was in der Bank ist, wird auf Null gesetzt. Und die Leute können nicht mal vor Gericht gehen. So perfektioniert haben sie das und das System steht zum Einsatz bereit. Dann geht's jetzt nochmal um die drei Sechser und wann die 42 Monate endlich um sind. Und wer es noch nicht gesehen hat, in meinem Video 275, da ist der Beweis drin, von den Offiziellen selber, dass ein dritter DNA-Strang zu den beiden menschlichen hinzugefügt werden soll, wodurch dann diese Zahl im Menschen entsteht. Sie nennen das die Triple Helix und das sind die drei Sechser im menschlichen Körper. Meine Überlegung war jetzt, wenn das Viech 42 Monate bekommt, wo es die gesamte Welt beherrschen darf und Macht über alle Stämme, Völker, Sprachen und Nationen bekommt und sogar die Heiligen bekämpfen darf, wann ist es endlich vorbei? Wann ist das Viech weg? Wann werden sie endlich abgeräumt? Wann räumt Gott Papa endlich auf? Das fragen wir uns alle schon lange und deswegen habe ich eben diese Überlegungen angestellt. Wir erinnern uns, in meiner Prognose bin ich schon zweimal daneben gelegen, einfach weil der Anfang nicht klar war, Wann sind die 42 Monate wirklich losgegangen? Also ich denke mir nix, wenn ich mal einen Fehler mache, weil als erstes dachte ich, die dreieinhalb Jahre wären dann losgegangen, als mit die Berichte über diese C-Krankheit angefangen haben. Dann dachte ich, na, der erste Lockdown wäre der Beginn gewesen. Aber nüchtern betrachtet, dieser Medienterror, die Lockdowns und der ganze Zwangsapparat, das waren nur Vorbereitungen. Also von Dezember 19 bis Dezember 20 haben sie die Leute in Angst und Zwang gehalten, um dann die Lösung zu bieten, die Erlösung durch eine Spritze. Und der Beginn war der 8. Dezember 2020. Ganz klar haben die drei Sechser, also die Herrschaft der drei Sechser, mit der ersten Spritze begonnen. Und damit ist das Ende auf Juni 2024 festgesetzt. Kurze Zusammenfassung. Wir haben gesehen, die Geschichte mit den drei Sechser ist wahr geworden. Und deswegen gehe ich davor aus, dass die 42 Monate, also dreieinhalb Jahre, ebenfalls wahr werden. Der Beginn der Herrschaft der drei Sechser war, die allererste Spritze, die der menschlichen DNA eine tierische Sequenz hinzugefügt und dadurch die drei Sechser im menschlichen Körper geschaffen hat. Die erste Spritze war der Anfang. Und diese Prognose, meine dritte Prognose, stimmt jetzt. Aber mit der Schifffahrt gestört und die Banken genullt, kannst du sicher sein, das Chaos beginnt viel früher. Die Amis sind schon ein bisschen weiter. Aus New York hört man, dass die Zugewanderten dort schon massiv an die Türen der Wohnhäuser klopfen, um Essen, Kleidung und Geld zu verlangen. Und hier siehst du die Vorstufe zu dem, was ihr lieb gesagt hat, mit den fremden Banden, die von Haus zu Haus ziehen. Du siehst, wir haben's bald, alles Liebe und das bisserl hält man auch noch durch. Besonders, wenn's bedenkst, wie schnell die Zeit vergeht.